Sooo, dun dun, da bin ich wieder In meiner TPU gehts gut 54 Grad, das geht Aha, da ist was Oh, ha, ba Please, let me alone, please Oh Gott Oh Gott, das ist jetzt Katastrophe Gut, dann Ach Gott, Hake, alter, nein Alter, boah Alter, das geht doch gar nicht Oh, äh, ja Stimmt ja Weil das verbrauche ich ja gar nicht nachladen Ah, okay Licht kann aus Brauche ich hier nicht Aha Ah, komm, gehts auf jetzt Oh, blöde Tür Bam Oh, da sehe ich nichts mehr Ist hier auch was? Ja Ich fühle mich grad ein bisschen ausgeliefert Also irgendwie sieht die Textur hinten an der Wand so extrem scheiße aus Ach, da ist gar keine Textur Lol Lol, da auch nicht Wow Also da haben ja mal die Map-Designer ja mal richtig verkackt Oder wird es nur nicht angezeigt Manchmal kann es nämlich sein, dass die Implementierung in GL mich nicht so ganz hinhaut Gucken wir mal mit dem Original Nee, da ist echt keine Wand hinter Ist ja interessant Ist das ja Na gut Hier kommt man nicht drauf, hier kommt man runter Wenn man hier runter kann, gibt es auch einen Grund dafür Das da zum Beispiel Wurde sich nicht Wurde sich nicht Ich will aber haben Wurde sich nicht Ha Die stimmt doch gar nicht Wahrscheinlich wird hier wieder irgendwie ein Secret oder was raus Was? Leute leckt mich doch sowas von federmann Alter, ihr habt doch Balsch ist doch Polen offen hier Meine Fresse Goddammit 74 Schussgrad mal noch Alter Oh Ey, wie ich sowas hasse Danke Eine Rakete mal hinbekommen Eine Als Entschiedlung dafür Jetzt ich gerade weiß nicht, 500 Schuss verbraucht habe Ist das eine Fresse Meine Fresse Jetzt bin ich aber sauer Kommt man nicht rein Kommt man auch nicht rein Hmm Danke für die Briefe Danke für die Briefe Keine Pfeile? Ich gucke jetzt am besten auf dem Boden, ob irgendwelche Pfeile drauf sind Aber die Idee ist schon witzig mit den Pfeilen Ich meine gut, das macht irgendwie ein Secret nicht mehr ganz so Secret Wenn da überall Pfeile drauf hindeuten Da ist ein Schalter Da Habe ich gerade auch den Augenweg gell Ach du Kacke Ach viel Gut, ist mir noch einer? Nein Nein Helmet der Kacke Achso Ah Das finde ich so schön an Brutel to Black Edition, dass man da auch mit der Waffe anvisieren kann Hier kann man nur so weg und kick Oh Noch kaputt machen Na gut Dann muss ich doch die benutzen Obwohl ich von der kommende Funktion habe Scheiße, Alter Eine Dreckskacke Wandergleich Ach man Das alte Langenlachs Geht mir auf den Sacken Mist geboren Meine Fresse Gibt es noch mehr, oder was? Ja Hopp 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 Heht ihr das? Das ist hier auf dem Boden Da Jetzt ist Jetzt ist diese ganze Textur leicht gelblich Und jetzt ist es unten weiß und so umleuchtend Licht Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Na gut Danke Was? Hier? Äh Pumpen Achso Ah Das ist aber nett Puh Ah Ah fehlt gut Da 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 Ich will ja nicht runter Da ist Säure Und Mami hat mir gesagt Säure ist nicht gesund Oh Mann Alter, muss ich da jetzt runter? Ich will aber nicht Gibt es nicht unbedingt ein Secret? Gibt es nicht unbedingt ein Secret? Ah Ich will nicht Von warum ist da jetzt ein Schalter? Äh Ne Da ist ein Schalter Ja Das ist ja das Schalter der jetzt gemacht Da ist was Achso Da geht es dann Nach rechts Interessant Interessant hier auch Nein, doch Doch, da geht es auch nach rechts Äh, nach links Da ist rechts Da ist links Ist also ein schöner Kreis Ne, da ist ein T-Stück Nach unten Da geht es ja doch doch Da geht es in beide Richtungen Nach links und nach rechts Also ist der quasi politisch, äh Polarisiert Und der ist offensichtlich für beide Meinungen Na gut, ich guck jetzt mal Ob ich so noch weiter kann Es gibt zwei Secrets Oh Was? Wieso? Da ist noch ein Schalter Hey, komm mal gar nicht rein Ah Also ist das definitiv ein Secret Oh, die Tür ist noch geschlossen Okay Danke Oh Hello Aha Pistole gegen Pistole Die Pferd gewonnen gegen Pistole Yay Wow Na komm mal her Bäh, Alter Einfach so eine linke Hälfte Von seinem Schädel Bäh Mach mal weg hier Mach mal weg hier Los, ich will das nicht sehen Mhm Oh, ich will dich auch nicht mehr sehen Wie ich diese Fischer hasse Wow Völlig gar keine so fische Idee Komme ich besser an die Rang Aha So, jetzt gehts an die Imps Oh 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 Noch mehr Noch mehr Ja Okay Ich könnte auch mal wieder speichern Ah Da ist schon mal das Exit Da Danke, dass du mir bei mir markiert hast Ah Ich glaube Ah Oh 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 Nice Oh Oh Okay Ah Lol Wir müssen uns merken Wir müssen uns definitiv merken Vor allem Ich wollte gerade noch aufhören zu drücken Weil ich dachte mir erst somit Äh Okay Wie ist das nicht mehr Aber hier Ist so eine leicht andere Farbe Seht ihr? Hier ist es so hell Und hier ist es so gräulich Hier ist es wirklich kontrastreicher Und da dachte ich mir aber so Nee, das ist überall so Und wollte der zu mir schon sagen Nee, ist doch kein Secret Und in dem Moment habe ich da aber schon gedrückt Und Voilà So ging auf Zum ersten Mal, dass ich rein durch Glück etwas gefunden habe Aber warum Der Strich war hier vorher nicht, oder? Und dann bin ich jetzt auf Koks Egal Egal Keine Ahnung Ist mir egal Siehst du das? Das ist wieder so eine extreme Kante Aber die liegt einfach an der Textur Das muss man alles tun Wow Ah ja Kommt mal her Ihr Wichser Für Euch ist eigentlich selbst Pistolen-Munition zu wertvoll? You bitches Das ist Meine Fresse Aua Kann ich mal probieren? Nee, doch nicht Aha Vor allem an manchen Stellen, da ist es so extrem Und hier sieht man es ganz Achso, weil die verschiedene Licht-Effekte sind Ja, hier verschiedene Ehrlichkeiten Lol So, kommt mal her Ich will nicht damit laufen müssen Ich bin damit Oh mein Gott! Alter! So, Leute, ich brauche euch mal nicht gleich. Ah, ich bin doch noch ein bisschen selber. Was machen die da oben? Das klingt ja wie, wenn ich, weiß nicht, Pyjamas auf mich schmeiße. Aua! Ach man, das klingt ja net, wenn dieser Scheiß so gut drin ist. Und merkt mich mal. Das ist ja schon am echten Leben, wenn man da in der Suppe drin ist, dann merkt man, oh mein Gott, das war ich unter mir. Oder meine Füße werden weich, wobei es dann meistens schon zu spät ist. Gut, und jetzt mal hier unser Willkunftsgeschenk. Fuck, war zu langer. Dann gehst du mal runter hier. Arschloch. So, gut, dann holen wir uns noch die anderen. Ach du meine Fresse. Was für die Hölle denken die sich dabei? Alter. Die sind ja wohl auf Drogen. Gibt hier jetzt noch was? Äh, Überraschung. Vor allem hier haben wir schon, äh, eben sowas und auch was geben. Hm, keine Pfeile auf dem Boden. Äh, da geht mich was lang. Ach ja, da hinten war ja noch was mit dieser komischen, mit der Brühe. Ah, super. Dann ist das wahrscheinlich der Secret-Weg. Ach, ich will die hier nicht haben. Wann ist das jetzt hier? Hat er nicht abgeschossen? Nee, eine, ne. ich lebe doch noch alles schade dachte schon wir hatten sich jetzt jenseitig fertig gemacht danke nichts gebracht so das heißt also wir müssen noch mal in die brühe woher die war hier ja genau eigentlich fliege ich nicht runter, ist doch scheiße egal ich werde noch mal vorher und wenn es sich jetzt nicht lohnt dann gehe ich doch gleich wieder raus dass die Brühe überhaupt nicht hier ist nichts wow wir haben die gesamte Superrüstung verloren das war nicht das was ich sehen wollte gut also offizielle Stimmung hat sich nicht gelohnt kommt man hier auch so rein? nein natürlich nicht na gut das lohnt sich nicht nicht für das Ding hier ne komm ach mach doch jetzt weck mich mir ist mir zu blöd da mag das hier da wir haben uns fehlt vor allem immer noch ein Secret und zwar das da hinten das da wie kommt man da hin das sieht so aus als wenn es noch einen Weg gehen würde da da ah da 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 ich werde es einfach so machen das hat wir schon probiert gehabt bin ich jetzt bescheuert oder was wir hatten auf den beiden seiten probiert gehabt oder ich nächstes mal wahrscheinlich einfach mal anklopfen und erst mal fragen ob er noch zu hause ist ach leute mindestens haben wir jetzt auch noch zwei Uzzis aber gut damit kann man leben damit kann man leben okidoki dann würde ich besorgen das war's mit level 2 von 2002 bei dream odyssey ciao mit v ciao so